herzlich willkommen zu pt hi hallo kacke baby ja hallo alter ist eklig oh nein alle lichter sind rot ich will nicht immer noch kurz vor zwölf ja gut was heißt alles nicht was das heißt bitte alle rot das ist das einzige andere licht bis auf das beim kühlschrank da muss ich aber kurz noch darauf zurückgreifen aber ist alles wieder ruhig der kühlschrank immer noch da der kühlschrank geht sehr ab und das baby hört sich nicht sehr gut an ist das baby da drin hier hört sich das hier hört sich das näher an als bei der tür ja gut kann auch sein dass da das waschbecken müssen dass denn die song quater irgendwie näher ist aber gerade ist alles dafür dass das hat dass der baby da drin ist ich habe angst dass das ding irgendwie auf mich runter knallt sie ist immer noch weg das radio ist aus und bleibt auch aus auge ist immer noch im eimer das auge hängt ja auch noch ich mach mal immer eine kurze bestandaufnahme man weiß ja nie ok das ist eigentlich für bilder ich habe mir die nähe hier angeguckt sagen dir irgendwas aus ich glaube nicht gut hier ist george ist es ist das hier überhaupt george keine ahnung ich habe mir sein gesicht nicht so richtig eingeprägt gut rein gut da rein ne die hänge nicht wenn sich das ding schneller ist wir erkin ich erkin Jahren karl von L Okay, muss ich da jetzt so oft Durchlaufen, bis da steht Hell Weil, wie gesagt, daran erinnere Ich mich noch Irgendwie irgendwo ist das irgendwie In meinen tiefsten Gedankenzügen noch irgendwo drin verankert gewesen Das L ist weg Muss ich doch irgendwas machen Das ist jetzt gerade weniger Horror, sondern mehr Rätseln Aber das Ding ist, wenn man jetzt runterkommt Er streckt zu einem nachher mehr Vor allem nicht Okay, das L ist immer noch weg Hm Wie ist das, wenn ich hier einfach mal kurz Durchrangele Wenn es mir jetzt möglich ist Auch wenn er jetzt gleich L steht Ne, das L ist immer noch weg Aber was habe ich denn vorhin gemacht, dass das L da war Hm Das ist eine verdammt gute Frage Ich aktuell noch nicht so richtig beantworten kann Hier irgendwas machen Ach guck mal hier Das war das Bild, wo vorhin R3, P3 Was auch immer drauf stand Hier habe ich noch gar nicht richtig geguckt, was hier eigentlich ist Hm, naja Nicht allzu viel Ah, hell Hallo Hallo Nimm das Ohr weg A E Ne, hä Ich habe gedacht, ich muss hier irgendwie anklicken, was so hä Ich bin massiv verwirrt Kann ich den Grunk interagieren X, A, Y, B Zoomen Oder waren wir auf das hell zoomen Das L ist weg Das L ist jetzt da Was habe ich getan, damit das L da ist Ich kann sie kreien vom L Ich kann sie wirklich ein paar Mal hin und her laufen Oh Hell Oh Ich kann sie hören, sie kreien vom Hell Triggert das den nächsten Flur? Eventuell Ich weiß es nicht Kurz vor zwölf Werden die Bullen hier eigentlich mehr? Na, ich glaube nicht Noch nicht Noch nicht So, aber ich glaube Ich spiele das hier auf jeden Fall nicht zu Ende Ich weiß Nämlich Nämlich ahn ich, wie lang das geht Hello War das falsch, was ich gemacht habe? Hä? Okay A Äh, E ist weg E ist da A ist weg Wo ist weg? Kann ich jetzt anrufen? Ist so weg Hä ist alles weg? Hab ich es richtig gemacht? Ich hab keine Ahnung Ja, ist gut da Hat er jetzt irgendwas geladen? Hello Da steht immer noch Hello Recht drehen Er drehen recht anscheinend Hui Anrufen Auf hell drücken Hier Ich bin gerade echt massiv verwirrt Was muss ich hier tun? Also, ich glaube ja echt Das muss irgendwas mit dem hell sein, ne? So Hello Na Da steht da L Da steht da wirklich L So Jetzt müsste da stehen hell Richtig? Richtig Kann ich auch das Ne Der steht nur hier Yes Hä? Das Ende ist weg Der steht da hell Lauf, lauf, lauf Ich hab keine Ahnung Was hier gerade passiert Aber ey Irgendwann hat gelacht Es war richtig Close your eyes That your eyes Is didn't Surrated Do you hear the voice? Can you hear Yeah Owns so screaming Didn't we last choose My voice That tells the future Or turn the mind Well What do you choose? You can You can choose Your life Your future Future Why is this you Or you might Already have Discovered it Yes The radio drama The radio drama From 75 years ago Was true They were here On our earth And they monitor And see all Don't trust anyone Don't trust the police They are already They are already Controlled by them That's the way It has been For 75 years Now Only our best Will prevail You have You have the right A right to become One of us So welcome To our world Very soon The gates To a new dimension Will open 24863 24863 24863 Gut Einmal Okay Die wollen Dass wir Einer von Denen werden Aber von wem Von den Aliens jetzt? Der Kühlschrank Ist weg Und die Lampe Dreht sich Schöne Frequenz Auf jeden Fall Kann ich jetzt einfach durchgehen? Alles dunkel? F Flashlight L Light Nein Okay Warum bin ich Auf Warte mal so schnell Alter Ist immer noch Kurz vor 12 I Das ist ein Augen im Bild Alter Warte mal Das ist Harry Potter Alter Also Jetzt ganz ehrlich Hier die Bewegende I What the fuck What the fuck Passiert hier Okay Moment Das Ist Das hier In Nicht ganz korrekt Gespiegelt Okay Okay Die Aufnahme Von meiner Kamera Hat kurz Abgebrochen Einen Moment bitte So Bitte weiter Aufnehmen Dankeschön Einmal kurz klatschen So Danke Gehen Das Kacke Baby Ist weg Das Kacke Baby Ist weg Die Bisschen Ganz komische Dinge Diesen Kamin Mit Wieder Komischen Augen Okay Okay Das Haus Ist auch Mal Sehr viel Größer geworden Jetzt bin ich Hier wieder Am Kamin Hier Hier Fluppelt Jetzt Die Lampe Längs What the fuck Passiert hier gerade Okay Jetzt bin ich Hier Sozusagen Da ist auch ein Auge Hallo Was 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 Passiert hier gerade Okay Die Flure Wenden immer Kürzer Was ist das hier What Es war richtig Was war es war Es war richtig Was Gerade Ich kann mich nicht Bewegen Okay No turning back now Achso das war ein Guckloch Wie ins Da hat sich gerade Irgendwer Fett umgebracht Oder so Wir sind auch Jetzt wieder Normalschnell Hier war das Und da ist das Kackebaby Wieder Hallo Du hast Fertet Also Du hast Deine Sorge In Boos Sie Hände Ein Part Time Job Arbeit In Grocery Store Cash Register recurs Grund Es war Es war Nein Eigentlich nicht Sehen Einen Skirt Sie Erinnerst du Sehen Genau Sie Getremen Es war war von was auch immer als gerade habe ich mir nicht gemerkt der fluss ist sehr komisch aus der hat fehler drin so grafik fehler und ich glaube nicht dass das mein bildschirm ist weil das ist das ganze spiel was gerade so aussieht das ganze spiel beginnt irgendwie so zu flimmern ok 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 Vielen Dank.